willkommen bei profischnapp.de hier in impfingen es ist montagmorgen und ich habe mich spontan in ein sofa verliebt und mich deshalb dazu entschlossen nicht nur die fotos und auch gleich den video zu machen sofa beliche von tommy m thomas nach heike mein geschäftsfreund aus lichtenfels ein großes sofa clever gemacht zweiteilig sitzmatte durchgehend in nevada naturale was macht diese sofa so einzigartig nun erstmal natürlich die größe das ist übrigens der original zettel von tommy m ein messemodell das macht natürlich die größe aber auch die funktion die zeige ich ihnen sie haben hier eine steckfunktion an jeder armlehne und am rücken zwei röhren wo das reingesteckt wird das rückenteil kann man dann hoch stellen man kann also wunderbar hier chillen in allen lagen sie können das hierhin machen ein chill sofa und ein sofa zum sitzen natürlich muss man hier mit decke noch ein bisschen was machen ich würde zum beispiel hier einfach noch ein paar kissen draufschmeißen und schon habe ich ein bisschen farbe hier ja habt dann auch noch ein lendenwirbel kissen wirbel kissen zur unterstützung und das leder das leder ist was ganz besonderes wenn sie es genau wissen wollen schauen sie auf bei tommy m.com unter leder nevada haut sympathisch angenehm und auch pflegeleicht so genug geschwärm sonst kauf ich noch selber ein messestück einmalig jetzt bei uns nevada tolle linienführung offene naht ja schnappt zu dankeschön und tschüss ihr lutz reinhardt